Hey Leute, Kuro Taki wieder am Start! Vor ungefähr 10 Minuten haben wir auf der Twitter-Seite von Dragon Ball Legends wieder ein neues Bild bekommen. Und ich denke mal, das wird die meisten Leute interessieren, deshalb schauen wir es uns sofort an. Das hier ist das Bild, welches sie veröffentlicht haben, weil es gab ja ein paar Leute, die gesagt haben, ja, es könnte vielleicht ein Ultra kommen, obwohl Toshi beim Reveals und Stuff gesagt hat, es wird kein Ultra kommen. Haben trotzdem manche gedacht, das ist vielleicht nur so ein kleiner Bait von seiner Seite aus. Und ich selber habe ja auch schon darüber geredet, dass vielleicht zwei Elef-Charaktere kommen könnten, weil wir eben ja keinen Ultra bekommen, aber hier steht jetzt eben offiziell da, der finale neue Charakter wird kommen und zwar als Elef. Bei der Farbe Grün hier muss ich wirklich immer an Piccolo denken, aber würden sie wirklich die Freezer-Saga mit einem Piccolo-Charakter beenden? Irgendwann wird es sicher weitergehen mit der Freezer-Saga, weil wir haben keinen Ultra-Freezer, wir haben keinen Ultra-Super Saiyan Goku, außerdem Free-to-Play, aber den zähle ich jetzt nicht unbedingt dazu. Dann haben wir als Beispiel keinen Freezer, der als Transforming in den Full Power gehen kann. Bei Goku haben wir es ja, wir haben Goku-Baseform zur Super Saiyan-Form als Elef, aber bei Freezer haben wir das noch nicht. Und somit hätten wir eigentlich noch genug Charaktere, die halt von der Freezer-Saga kommen könnten. Bin jetzt echt gespannt, wer der letzte Charakter sein wird, aber ich glaube wirklich, dass es jetzt ein Piccolo werden könnte, weil die Farbe Grün passt ja eigentlich nur zu Piccolo. Wer soll denn sonst kommen? Also mit Piccolo meine ich jetzt eh nicht den einzelnen Charakter. Ich glaube echt, dass wir ein Duo-Charakter zwischen Piccolo und Goku sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob das für die jetzige Meta wirklich gut ist, weil 100%ig wird dann Goku-Freezer mit Piccolo auch noch zusammengespielt. Und da gibt es dann wieder einige Senkai-Bas, weil wir haben einen Saijin-Charakter und einen Regenerationscharakter. Könnte auf jeden Fall interessant werden. Dann gibt es zu dem Bild hier eigentlich eh nichts mehr zu sagen. Was glaubt ihr, was kommen wird? Ich persönlich glaube wirklich, das ist eine Bestätigung für Piccolo-Goku-Tag-Switch-Charakter. Auch wenn es kein Tag-Switch-Charakter sein wird, habe ich immer noch das Gefühl, das muss ein Piccolo sein. Ich kann mir jetzt gerade, wenn ich mir das so anschaue, eigentlich nichts anderes vorstellen. Wie schaut es bei euch aus? Was glaubt ihr, wer so kommen wird? Das Einzige, was ich mir bei diesem Bild auch noch vorstellen kann, aber ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu übertrieben ist, ist einfach nur, falls ihr euch an die Szene erinnern könnt, wo Goku sich zum ersten Mal in den Super Saijin verwandelt, sieht man im Hintergrund die ganze Zeit erstmal Planet Namek, natürlich in grün, und dann diese Blitze halt und diese Effekte, weil ja Goku zum ersten Mal in den Super Saijin geht. Aber ob das jetzt nicht, wie schon gesagt, ein bisschen zu weit hergeholt ist? Naja, keine Ahnung. Ich glaube immer noch eher an einen Piccolo, aber das Zweite könnte ja vielleicht auch sein. Dann Leute, wäre es von meiner Seite aus gewesen. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Stream oder beim nächsten YouTube-Video wiedersehen. Also Leute, und ciao!